Jetzt macht jetzt noch ein Hallo Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer anderen Hello Wars 2 In der Flüsterkiste habe ich gehört, dass Kolonie Serena und sonst nicht starke Gegner sind Deshalb probieren wir das einfach mal aus Wir machen die immer Zufall Und dann schauen wir mal was das wird Bin gespannt Wir bringen bestimmt Schiffsmeister Ähm, Jap Jap und Wer ist noch komisch Keine Ahnung Gebiete Ah Ah Da werde ich mich mal direkt auf meine Hauptbase konzentrieren Die ich schnell hochkriegen designs Frau fahre mir da wie nachdenken ausriche durch mein Bart Bin ich 정, Ich bin Jap Jap Bin ich ding, ich bin ik min stimm, Ich bin Kotam Ich bin Stefan, ich bin Jap Jap Jaap Ich hab jetzt noch keinen Punkt mehr Vor allem das System, dieses Chase-Kanonenschutter eben. Wenigstens bin ich jetzt in der Mitte wie was außen. Ich hoffe, diesmal greifen lieber die, äh, über die Mittleren. Äh, was heißt diesmal? Ähm, das ist ja unsere erste Runde heute. Ähm, ja. Ich startest, ich startest die Aufnahme nicht nochmal neu, weil Rafa auch grad sowas gemacht hat. Nein, hab ich nochmal abgebaut. Ach, deshalb hast du nochmal abgebaut. Ich hab eben schon gesehen, dass du gestartet hast, bevor ich gegangen bin. Das, das war der Grund, okay. Äh, Rafa, was hast du denn gesagt? Oh, das, wir haben grad vorlaufen, irgendwie, das war grad voll krass. Und ich so, naja, bei Puppes war krass. Und er so, so Puppes war doch gut. Ach, ach Rafa. Ach Rafa. Ach Rafa. Du bist auf YouTube übrigens, Rafa. Oh ja, sorry. Und ich laber wieder mit mir. Oh ja, das wäre so toll, wenn man aus Raffs Sicht mal aufgenommen würde, ne? Und dann hört man Rafa die ganze Zeit reden und dann... Ach, schattet, ich bin ja gemütet. Ach, ich hab von dazwischen. Rafa, wie's da fühlt. Haja, danke. So wie bei mir, ich gibt so viele Calls in der Kamera, ich gebe so viele Calls... Abgeschlossen! Das ist so geil! Da ärgere ich mich, dass ich nicht eine bessere Webcam habe. Raff, hast du dir das Video eigentlich auch angeguckt? Das Highlight-Video? Das Highlight-Video, ja? Ja, ja. Wie fandst du das Ende? Mit Raff und Stefan? Mit Franz und Stefan? Ja, genau. Ja, ich hab wieder gelacht. Ich muss auch immer, wenn ich das sehe, ich muss einfach so lachen. Das ist einfach dieser Moment, der war so toll, ey. Geschütz errichtet! Ja, schade, dass man mich nicht richtig lachen wird. Man hört mich nur manchmal über dein Headset, aber dann auch nur sehr leise. Das war so schön. Ich hab mich so zerstört einfach, dass die beiden dann noch später entschieden, die Shooting-Mage zusammen looten. Lokale Einheiten! Upgrade für Erkrankten Harpester abgeschlossen! Energie-Extraktor errichtet! Alle Einheiten! Und der fragt gleich, warum ich immer keinen Bock habe, mit Stefan zu spielen! Lokale Einheiten! Dann künft ihr jetzt wieder bei Ömmel mehr! Das ist voll gefremd! Das ist voll gefremd! Oh. Oh, was? Ich weiß mir gar nicht noch was zu machen... Oh, jetzt komm die schon mit dem Schiff zu machen, ey! Oh. Oh, was? Oh. Oh, was? Oh. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Alle Einheiten lassen! Stefan! Ja und dann auch vor allem die Sachen haben die immer noch mal geflüchtet. Dass wir dann eine Erangel bekommen haben. Aber wie racht ihr denn die Lust haben? Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. Haben dir auch deine Motorradstanz gefallen? Ja die waren auch schön. Wie unfair! Alle Einheiten! Aber der Schluss ist eigentlich das allerbeste. Ja der Schluss war das Beste. Ist das der Spiel? Aber generell. Alles das Monat. Der Januar ist großartig. Ja mein lustiger Monat. Ich hab ein paar mal gut gelacht. Ich bin es ja vergesslich. Ich weiß nicht mehr. Was das war. Ich hab ein paar mal gut gelacht. Ich hab alleine gelacht. Das wäre ja was. Wenn man alleine vor sich gelacht. Ja. Da muss es wirklich witzig sein. Da muss es wirklich witzig sein. Es gibt also so ein paar Momente da. Da muss man da. Und einfach weiß wie lustig ist das in der Situation dann halt einfach war. Und dann. Wenn ich mir das dann halt zusammenschneide dann muss halt auch schon teilweise so. 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 Das ist immer schön. Macht immer Spaß das so zusammenzuschneiden. Und dann auch den ganzen scheiß Foto nicht online stellen kannst. Beziehungsweise wo dann nicht aufgenommen werden. Ja. Das ist immer ärgerlich. Weil ich nehm halt das immer auf. Und dann. Da kommen halt auch schon mal sehr lustige Sachen. Und die fehlen dann halt dann teilweise. Das ist immer sehr ärgerlich. Oder sehr gute Sachen halt. Irgendwie so ein geiles Dinner oder sowas. Das ist immer schade. Ja. Ja. Ja Jules. Vorhin hat es gelegen. Ja. 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 Er ist doch. Ich bin bereit für die Action. Alle Einheiten. Ich bin der große böse Grant. Ich bin der große böse Grant. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Ja. 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 Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Da ist er. sehr schön. Ja. Ja. So. Die kriegen wir hier auf jeden Fall weg. Nice. Sehr gut. Die haben wir. Ja. 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 Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Verpiss dich mit deinem Chest-Check rein bitte du Arschloch rein. Was? Hab ich grad das A-Bot genutzt? Was? Uh. Vorne ein. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Los aus dem Weg. Die Srei errichtet. Lasst euch nicht so hängen Suzz. Ja. Die Tür nicht da ist. Oh, die Jappjapps sammeln auch Ressourcen. Wir sind Jappjapp, die Ressourcen-Sammler. Oh, da kommt schon der Ding vor. Äh, ja, ich brauche jetzt gleich mal meine erste Garage. Das ist eine richtig geile Kanonflug. Alle Eins, 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 alle Eins. Ah ne doch, ich wollte es gerade sagen, ich kann noch heilen, aber... あ, da rein ist unsere Brille zu stören. Die Unverschämt einen. Schon wieder, diese Blüde- Nee, die mag ich nicht. Ich auch nicht, aber wir haben die schon wieder. Warum sage ich auf unsere Labehärer so eine Scheiße? Ja, das wird nicht schreifen. Das wird's nicht geschreifen. Alle Eins, alle Eins, alle Eins und alle. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen! Genau so. Ich bin der große Böse, für alle Einheiten! Es ist Terina's Treffer. Oh, wow! Die haben eine Wulcher auf dem Weg. Ich muss mal einen zurückziehen. Komm runter, damit ich dich leck machen kann! Mach 4 Böse! Ach, Böse! 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 Der Verbündeten wird angegriffen! Sobald ich sie hab. Hey! Hey! Hört mich jemand? Reva meldet sich zum Gains. So Zweitbass hätte ich jetzt schon gerne. Alle Einheiten! Ich bin der große Böse Grand! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Die haben sich jetzt darauf bewölkt. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen! Dann kann ich denen vielleicht am Rücken fallen. Feigende Schüchte! Auf ins Gesicht! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Die greifen von oben! Gave! Alle Einheiten! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen! Zeigt ihr die Böse auf? Alle Einheiten! Glauben, dass die mich das Ding steuern lassen! Unsere Basis wird angegriffen. Ich bin wieder abjab. Oh, die haben so einen Sniper. Das wird funktioniert. Oh. Ähm. Alle Einheiten. Außenposten errichtet. Unsere Basis wird angegriffen. Alle Einheiten. Die Basis unserer Verfündeten wird angegriffen. Ich versuche die Basis hochzukriegen. Nein. Ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich bin unterwegs. Unser Held wurde ausgeschaltet. Da hat sie noch zwei, drei Morauder. Ein Jäger-Truck. Ich brauche immer kurz. Zeit hättet. Die Basis unserer Verfündeten wird angegriffen. Ich komme. Ich kann gleich. Ich hoffe ich. Lustig. Alle Einheiten. Ich bin der große, böse Grunt. Oh, oh. Die fahren schwierige Schütze auf. Holt euch direkt mal Johnson an. Festung errichtet. Ah, der kommt natürlich immer wie... Ah, die Scheiß-Karriere. Das sehen wir mit so einem Zentimeter in der Kante, ne? Andresslager errichtet. Und Mainz Barton stirbt natürlich wieder. So, Kacke, ey. Holt euch den Scheiß. Dreckster Keir. Ah, ich hab... Zwei, drei habe ich zerstört, aber jetzt bin ich leider auch wieder down. Unsere Basis wird angegriffen. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Anführerpunkte erhalten. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Zur was? Alle Einheiten. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Ich liebe dieses Teil. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Position bestätigt. Ja, ja, mach ich ja schon. Geschütze errichtet. Das ist gut, ist gut. Bleib mal lächer. Könnte jetzt mal einer von euch faul in Energieknoten einnehmen? Ja, ich hab gesehen. Die drücke ich ja. Alle Einheiten! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen! Alle Einheiten! Geschütz verbessert! Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Geschütz verbessert! Ich werde von feindlichen Tropen angegriffen! Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an! Alle Einheiten! Unsere Basis wird angegriffen! Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen! Alle Einheiten! Alle Einheiten! Ich werde von feindlichen Energieextraktor errichtet! ... ... All Einheiten! Der Jap-Jab ist besser als ein Kondor, habe ich gehört. Das ist ja feuer. Jap-Jab kann heilen. Was kann denn kommen? Komm, Jap-Jab, heilen wir uns. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Ja, der kommt so klein. Das ist ja super. Ich bin Jap-Jab. Ich mach mal was Fläches. Oh, Stefan, mach was Fläches. Jam, 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 jam. Ich denk mir den Energieknüter. Äh, Stefan. Kannst du nur sowas machen. Mit der Mana-Heilung auf der anderen Seite. Alle Einheiten. Die Basis unserer Verfündeten wird angegriffen. Die Basis unserer Verfündeten wird angegriffen. Los, los, Goblin Grunt! Oh, jetzt ist ein Upgrade abgeschlossen! Zitadellen-Upgrade abgeschlossen! Oh, da steht ein bisschen was oben noch. Das finde ich ja nicht so lustig, ne? Was du da dann bitte machst. Nö, das zieht mir jetzt so zurück. Nö, das zieht mir jetzt so zurück. Ah, hab ich nicht so lustig. Ich bin Jap-Jab, Jap-Jab. Ich lache nicht so gerne. Ja. window�. Uh, wieder Astle heute. Zu Beginn ist das schon. Uh, ich lache heute. Schrei mich nicht. Und schrei mich nicht. Ich lache mich nicht mehr ande anstrengen. Was ist die Schrei ihre Strakönche? Total geschreiungst. Puhuuuuhuuuuhuuhuuh. Sasate geht zurchemicals. Was ist schon irgend... ein... Bummeln nicht mehr. Hauken beschmaugten, sag ich aber. Das, das hab ich dich doch nie sagen hören. Wo, wo kommt das eigentlich her? Doch. Doch, gerade hab ich das gesagt. Abgrade für erweiterten Extraktor abgeschlossen. Ich versteh das nicht. Apex errichtet. Oh, jetzt geht es zu mehr Energieknoten in der Mitte. Die Schweine. Luftfahrzeuglevel 1 erforscht. Fahrzeuglevel 1 erforscht. Da ist ja keine Einheit. Boah, der Blisterbeckschießt bis dahinter. Bis Richtung Energieknoten. Endlich. Also Schichtiger, die er kassiert haben. Hä, weil... Äh, weil... Äh, das... Lass mal Torpedo erforschen! Das ist einfach nur... Das ist... Wahnsinn. Das ist... Wahnsinn. Was? Wir haben hier noch... Zwei Kontrollpunkte, äh, zwei Energieknoten haben wir unter Kontrollen, das ist ja wahnsinnig. Warum kriegen die den Blisterfäger eigentlich nicht geheilt? Weil die irgendein... Ich habe Anführerpunkt bekommen. Machen wir die Gäle mit dem Betanpark. Warte, ich schmarte, Steffan, oder? Ob ich die zumindest schon oft sage. Obwohl ich es. Das habe ich nicht aufhören, sehr oft. Und weil ich auch jemanden sehr oft sagen habe, ich mache euch total lange. Ich, ich habe mir mein Oberchenkel verbrüht, das ist total lange. Ich bin Stefan, ich bin einer Ostbocke, Ostbocke, Ostbocke. Eiskalt, lass dich dein Messiger wieder erfrieren. Feine greifen an. Lokale Einheiten. Warum finde ich denn es so lustig, dass ich den Knoten hier wegnehmen will? Das ist eigentlich auch schlecht, weil ich muss über die Knoten anbleiben. Warum schiebst du mich in den Westen? Westen, 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 Westen. Eiskalt. Eiskalt. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Frech. Boah, scheiß Blatt. So, das kann ja die Wiener noch so aufs Seil. Ja, Fahrzeuglevel 2 erforscht. Gegnerischer Held am Boden. Absolut genial. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Hey Serena, herzlich willkommen zu meiner Gain mit Tarn-Party. Schau, was gibt dir auch so viel Spaß? Hm. Was ist das Problem mit der Kavira? Was ist das, was sie meinen Schützer hat? Ist das kein Problem? Ah, glaub doch die Base an, hält doch nicht weiter stehen. Glaub doch die Base an, ja. Jum, 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 jum. Mh, jum, jum, jum. Hahahaha, noch ein Abschuss für den Blisterback. Blisterbleck. Black. Blisterschmeck. Wir haben ein fehliges Gebäude zerstört, nicht für die, alle einheitlich sein zu können. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Oh, ich krieg gerade wieder alle fehlsteine Armee. Da hatte Biber, da hatte Biber meine Armee. Ja, da hatte ich mal noch. Warum schickst du hier den Movenstrahl? Total, total, total. Du hast doch Öbelein. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ich fühl nie. Oh, oh. Hat da auch mit dem Wohlstand anhoffen. Das wird der pöttischen Problem mit mir. Ja, gar nicht mehr lange. Jetzt frage ich mich, welche Einheiten die gerade so zerrissen haben. Oh man, auch vermutlich meine ganzen. Alle Einheiten. Komm schon, die Gäste kriegen wir noch. Nice, die Besserung habe ich aber noch nicht zerstört bekommen. Hey für die, alle Einheiten. Das war so genau, was ich gerade. Rätschieb unter Art in der Lebeschuss. Luftfahrzeug Level 2 erforschen. Wenn es übrigens Schmerz, dann bist du noch umnehmen, Stefan. Position bestätigt. Das, das denkt sich Passi auch. Und schützt sich irgendwas irgendwo hin. Stefan. Ich sehe mich. Ich hab mir noch Passi, dass du noch mal irgendein Passi lösen musst. Das ist doch ein Problem. Jetzt sind wir erst mal mit. Passis das Mutter ist, ist das mit Recht in aller Probleme. So. Das Hötchen aller Probleme. Das Hötchen, das knie ich nicht. Der Tor blind wird angegrillt. Alle Einheiten. Hehehe. 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 Kilo ist auch schon eine Zweitbasis geholt. Alle Einheiten. Beziehungsweise eine. Eine Kinderbasis. Zuerst. Wer bleibt sich zu vulgarisieren. Ah, da tönen wir die. Ohne Ulmer. So wie jeder Runde. Kann man nie noch ohne Ulmer spielen spielen. Ich habe nicht gehört. Ich weiß gar nicht, wie so ein Bronco macht das die Krasse hier. Ja, fach. Er arbeitet schon wieder. Keine Ahnung. Der will sich halt irgendwie richtig. Der will sich halt irgendwie richtig. Ach, das muss man schon wieder zuschauen, ne? Doppeln, dass alle Einheiten. Scheiße. Banzweißer erforscht. Energieinstitator errichtet. Oh, ich bin nicht richtig. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Pick für dich. Anführerfähigkeit bereit. Was ist das? Eine Aumeisenbasis. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Pech für dich. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Alle Einheiten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Pech für dich. Alle Einheiten. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Pech für dich. Alle Einheiten. Das haben wir schon öfters gemacht, ne? Unsere Basis wird angegriffen. Wir haben ein feindliches Gebäude. Wir haben ein feindliches Gebäude. Weitere Abgang, auf den Weg. Wir haben ein feindliches Gebäude. Auf die Abgang, auf den Weg. Ich glaube, dass wir das noch in 30, 40 Minuten hinauszudrehen können. Sie sind so krass. Also, wir könnten das, wenn wir wollten, aber wir kommen ja nicht in die Situation. Ich glaube, wir haben da so viel Zeit. Okay, ich stehe. Hallo Frau Scholz. Hallo Frau Scholz, sagt der Lukas. Du kannst doch gerne das Netzwerke nehmen. Wir haben eines unserer Gebäude zerstört und Verstehtheit. Wir haben ja auch eine Menge. Ja, ich kriege auch, glaube ich, direkt meinen Eisbrunnen, wenn das passieren würde. Ich werde verfeinern. Nein, das Gebäude macht die Gebäude zerstört. Noch keine Bazooka, macht sie kaputt. Nice. Ich glaube, Johnson haben wir, oder? Ist ja noch nicht, wie er danach anmacht hat. Der Klinik hat die Zeit, eine Einheit. Und der Anfänger war gar nicht gut verstanden. Oh, das findet er mal wieder gar nicht lustig, der steht in der Bevölkerung. Ich bin ja mit einem Klausel von der Klinik. Oh, ist ja richtig gut die Stimmung im Haugen-Geschalz, ne? Ein Maßes an! Ist richtig, richtig party-studier aus dem Mond. Ich hätte nur noch Flügel, bin ja. Und das Lied ist wieder dabei. Bitte da rum. Tschüss. Tschüss. Grüße gehen raus, kommt hier wieder. Immer merken. Irgendwann bist du fame? Dann sind sie alle um Internet zuhören. Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Ja, klar, klar, klar. Ein gegnerischer Spieler wurde eliminiert. Serena ist down. Unsere Basis wird angegriffen. Dann hört man zum Beispiel sowas. Und eure Stimmen sind dabei zu hören. Uhaha, ihr werdet erschienen. Uhaha. Alle Einheiten. Wenn ihr große Böse dran. Gehen wir die Extrasse. Alle Einheiten, unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Hä? Ost-Ossis? Ne, mit Ostis habe ich keinen Kontakt. Hehehe. Anführerfähigkeit bereit! Was macht ihr jetzt noch? Bisschen La... Bisschen La... Bisschen La... Alle Einheiten. Bunker-Upgrade abgeschlossen. Der Schütz-Verbissert! Raph ist auf Mute, habe ich gehört. Ja, Raph ist auf Konzentriere. Bisschen La... Bisschen La... Bisschen La... Ja, weil es... Wenn mich das da oben stört, dann ist das steht vor dem Holz. Uh, ich habe 8 Nachts Einheiten. Müssen wir das jetzt hier echt live bei Twitch diskutieren? Geschütz-Verbissert! Mach Licht aus, meine Gissel-Mitüre. Pfff... Hehehehe. Geschütz-Fertiggesteckt! Hm, die KI hat eben 45 Minuten oder 57 Minuten oder so gewacht, bis wir uns geholt hatten. Wir machen jetzt... Was? Wann? Wann? Was? Wer hat uns geholt? Was? Wann? Wie? Also keine richtigen Seile! Gibt es auf der Art überhaupt Seile? Egal! Los! Aua! Raph, du kannst nicht den Faden angreifen, das geht nicht. Wow! Da muss ich mal bitte nicht auf mich schießen machen. Ja! Bisschen schießen! Bisschen schießen! Bisschen schießen! Egal! Los! Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört! Pech für die! Das war aber keine Chance von Köpfchen gehört, ne? Harvester errichtet! Upgrade für erweiterten Harvester abgeschlossen! Ja, das ist so, wenn man die Runde immer habe ich gehört, ja. Ah, die müssten echt mal noch ne Stufe überlegendär machen, ey. Ja, das ist ja sehr, das ist ja viel zu einfach. Jede Runde gewinnen ist ja auch langsagig. Medallien für alle! Ich glaube, oder die müssten machen, dass wir sechs Gegner einschalten können. Also am besten dann Pavium, Jerome, Johnson, Serena... Guck, ich habe auch gerade noch Blitzkarten per Siegessträhne bekommen. Also das heißt, wir haben durchgehend nur gewonnen, keine Niederlage zwischendurch gehabt. Hast du bekommen, ja? Ich habe keins bekommen. Ich habe nicht bekommen. Wie, wie, Raff hat mir Einheiten gekehrt, als ist das doch komisch jetzt. Was? Kreuzfeuer. Wie, Lukas? Ich habe wenigstens verloren. Ach, Schügel. Ich glaube, über die Folge kann ich hoch... ... ... ...